Hallo miteinander, mein Name ist Pascal von Gunten und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Treiber für eure ganz persönliche Motivation finden und auch fördern könnt. Ich bin unterwegs als Private Coach für Führungs- und Fachkräfte im deutschsprachigen Raum und ich werde euch zudem auch noch verraten, welche zwei Faktoren hauptmassgebend sind für demotivierte Mitarbeitende. In diesem Video gehen wir am Thema Motivation auf den Grund und ich zeige dir, wie es dir gelingt, deine ganz persönliche Situation zu hinterfragen und allenfalls auch zu verbessern. Es ist unglaublich, wie viele Mitarbeitende das nach wie vor das Gefühl haben, den Chef zu motivieren. Und da wollen wir einfach wieder einmal ein für allemal festhalten. Motivation von aussen. Klingt bedingt bis gar nicht. Jeder hat sein Glück selber in der Hand. Und wenn du willst, zeige dir jetzt, wie du das Glück für dich nutzen kannst. Was ist eigentlich Motivation? Motivation heisst, jemanden zu einer Handlung bewegen. Und für das gibt es im Wesentlichen drei Arten. Art Nummer eins. Ich drohe jemandem negative Konsequenzen an, wenn dies oder jenes nicht gemacht wird. Wir müssen glaube ich nicht sehr lange diskutieren darüber, dass das nicht unbedingt die Idealmassnahme ist. Und schon gar nicht förderlich für gutes Betriebsklima. Aber es entspricht dem, was Motivation eigentlich bedeutet. Zweite Art. Ich gehe hin und verspreche Bonus, Goodies, Karrierechancen etc., wenn etwas gut erledigt wird. Viel besser. Viel besser. Aber immer noch extrinsisch. Und die dritte Art ist intrinsisch. Eine mitarbeitende Person steht auf, ist voll motiviert aufgrund des Projekts, aufgrund des Teams, aufgrund der Unternehmenskultur, die sie erwartet usw. Und bei dieser Art von Motivation treten sogar Themen wie Lob und Anerkennung in den Hintergrund. Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptgründe, warum das Mitarbeitende nicht motiviert sind. Nummer eins, der Chef. Und Nummer zwei, sie sind nicht auf ihren Stärken tätig, sie sind weit weg von ihrer Passion. Beim Nummer eins bestätigt sich immer und immer wieder ein Uralts-Sprichwort. Mitarbeitende kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Und zum Nummer zwei habe ich ein separat Video gedreht, das ihr euch sehr gerne anschauen dürft. Ich verlinke im Anschluss an dieses Video. Und jetzt wollen wir anschauen, wie es euch gelingt, mit einem ganz kleinen Selbsttest herauszufinden, wofür ihr eigentlich am ehesten die Motivation habt. Wir unterscheiden drei Typen. Drei Typen von Menschen bleiben wir mal im beruflichen Kontext, wo ihr euch mehr oder weniger einordnen könnt. Es ist klar, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiss. Aber auch ihr werdet merken, doch, zu einem grossen Prozentsatz entspricht mir dieser Typ aus dem ehesten, der vielleicht ein wenig weniger und der ganz wenig bis gar nicht. Schauen wir es an. Der Typ Nummer eins hat ausgesprochene analytische Fähigkeiten. Das sind Leute, die sind gut im Planen, die sind gut im Strukturieren, die sind gut im Organisieren, die können super mit Zahlen umgehen. Vielleicht gehören da Buchhalter dazu. Leute, die generell im Büro arbeiten, die sich irgendwo zusammenhängen müssen etc. Der Typ Nummer zwei hat ausgesprochene kreative Fähigkeiten. Das sind Leute, die wollen innovativ sein, die wollen forschen, die wollen ausprobieren. Die Kreativität, ganz gross geschrieben. Zum Beispiel trifft man sie unter den Künstlern sehr häufig an oder auch in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von grösseren Unternehmen. Und dann gibt es noch den dritten Typus. Das sind die Artikel mit ausgeprägten praktischen Fähigkeiten. Dieser dritte Typus, das sind Leute, die wollen handwerklich tätig sein. Die wollen umsetzen. Das sind Leute, die planen nicht lange, die wollen am liebsten gleich loslassen. Und es gibt keine Wertung da drin. Es braucht alle drei Typen. Und welchen Typus das dir am besten entspricht, das findest du am einfachsten selber heraus, indem du diese Kriterien mal durch den Kopf gehen lässt. Und dir dann überlegst du in einem zweiten Schritt, okay, wo bin ich heutzutage eigentlich tätig. Und wenn du herausfinden, dass du Buchhalter bist, aber vom Typus her vielleicht eher der kreative, der musisch veranlagte, könnte ich mir gut vorstellen, dass dort mindestens ein grosser Brocken von deiner Demotivation liegt. So, ich hoffe, du kannst mit diesen drei Kriterien etwas anfangen. Sei es für dich selber oder für alle fällige Mitarbeitende, die du hast. Ich würde mich wahnsinnig mal über einen direkten Austausch mit dir freuen. Oder vielleicht nutzst du auch die Möglichkeit vom kostenlosen Private Coaching. Alle Angaben dazu im Anschluss des Videos oder unten im Text. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Daumen hoch. Oder teile mir doch einfach mit, was deine Erfahrungen zu dieser Thematik sind. Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen.